Siehst du das? Kranplatz, da soll ich jetzt 60 Tonnen drauf abstellen. Die Leute kommen einfach ihrer Arbeit nicht nach, das ist das Problem. Die Leute kommen einfach ihrer Arbeit nicht nach, weil die, weiß ich nicht, zu dumm sind oder was. Kranplätze müssen verdichtet sein. Jetzt komme ich hier hoch, jetzt guck dir die Scheiße an. Haben die Leute einfach keine Lust hier oder was? Du musst mal fragen, ob die, weiß ich nicht, sollen wir nach Hause fahren oder was? Ist doch lächerlich, oder? Wissen doch, was so ein Kran liegt, oder? Junge, jetzt geh ich jetzt langsam hier, werd ich aber ein bisschen wild hier, langsam. Jetzt reicht's mir langsam. Haben die kein Bandmaß, was 8 Meter lang ist? Junge, 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 Junge. Geisterfahrer! So, hier ist erst mal das reingekauft. Jetzt hoffe ich schon mal, passt alles. Einmal das. Was ist das denn, he? Kokosmelch? Ja. Kokosmelch. Kokosmelch. Was sagst du damit? Ich bin ja nicht im Malibu. Dann hast du hier die Cola. Ach, nein. Ich kriege. Was ist denn jetzt schon wieder? Leck mich doch am Zuckerli. Was steht da drauf? Leid. Und was solltest du mitbringen? Ohne Zucker. Zerro. Zerro. Weißt du was, das ist mir jetzt zu blöd. Ich bin die Elsa Eschenstein aus Hessen und ich bin total sauer, weil meine Mitschüler immer so mit mir sticheln, weil ich angeblich so nüchle. Und das stimmt gar nicht, hier ist der Beweis. Baum. Oh. Oh, so liegt jetzt die Kerze ausgegangen, Willi. Ich schwöre bei Gott, ich ficke dich richtig. Ich schwöre bei meinem Kind auf seinen Tod. Ich ficke dich richtig, Elsa. Warum ist dir das so wichtig? Weil mein Ruf kaputt geht. Nicht deiner. Du bist ein Schlampe, ich bin ein normaler Mensch, du bist ein Schlampe, ich kann nichts dafür. Die Leute kennen die Wahrheit doch gar nicht. Was für eine Wahrheit? Du machst das extra. Du rufst extra die Polizei auf. Dann hättest du mich nicht anfassen müssen. Du hast mich hier provoziert, hast mich weggeschubst von der Tür, okay? Ja? Und da hat keine Polizei hierhin gemusst. Doch, weil du mich geschubst hast. Du hast sie nur gerufen, damit du gut da stehst jetzt. Du. Deswegen hast du die gerufen. Nicht, weil die notwendig war. Weil ich hab dich weder geschlagen noch sonst was. Ich hab dich einfach von mir weggerissen. Aber warum hast du so eine Angst davor? Ich hab auch keine Angst, aber du machst das extra. Mir ist das egal, was Leute draußen... Weil du eh schon scheiße dastehst. Nein, weil ich die Wahrheit kenne. Nein. Natürlich. Na, ich klär's dir. Mein's der Fabio, Samstag gibt ne fette Party und ich bin dabei. Ich bin's Patrick und ich bin auch dabei. Und ich bin auch dabei. Guten Morgen. Darf ihr fragen, wie die Stimmung ist? So. Scheiß Öziland. Sprengt's euch weg. Klingt aber ziemlich frustriert. Nie mehr Österreich-Urlaub. Vergesst es. Aber da sind sie ja ein bisschen selber schuld, wenn sie im Stau stehen, oder? Hau ab. So, komm. Geht zu. Geht zu. Hey, hey, hey. Hey. Mal halb lang. Du auch. Komm. Komm. Hau ab. Oh. Überall eine Spende, bitte. Keine Spende. Oh, du siehst. Keine Spende. Keine Spende. Geht's da warte, oder? Ich dreh noch völlig durch. Kokain. Überall Kokain. Überall Kokain. esteem. Wie. 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 Willable. Wie. Wie. Bis zum nächsten Mal.